Nee, hat er noch nicht gehabt. Okay. Ja gut, ich hab halt schon ziemlich viel Muni, ne? Aber was ich machen kann, ist... Das hier. Boah. So unbedingt auf EU-Servern spielen, Mann. Warum sind hier so viele Achter drin? Oh, ey. Grauenhaft, Mann. Nochmal ein bisschen Zeug. Noch mehr Fünfer-Muni. Jo. Ich brauch mehr. Seid ihr jetzt ein bisschen blöd mit, ähm... Oh. Was auch immer der gerade macht, das hört sich gut an. Bisschen blöd mit der Zone, aber naja. Ist Test-Server. Mir kann nix passieren. Ich bin Tank. Bist nicht kreativ genug um anständige Thumbnails? Dann mach noch so krasse Überschriften drauf, wie... Weiß ich nicht. So Clickbait-Überschriften auf die Thumbnails. Guck am besten bei mir auf dem YouTube-Kanal, Mann. Da hab ich auch bisschen... Bisschen Clickbait. Also ich übertreib's nicht, aber so ein bisschen mach ich gerne mal. Weil warum nicht? Man will ja auch ein paar Leute anlocken, ne? Ist ja klar. Nice, Sir. Ach, da oben. Krieg mir den Kopf da? Nee. Just Kiss. Oh. Ist aber ein schöner Name. Schöner Name. Ey, du bist nicht in meiner Zone und du schießt auf mich? Das kann doch nur der Asia-Server sein. Das kann doch nur der Asia-Server sein. Ah, schön, dass er sich verraten hat. Da hinten sind auch noch irgendwo welche. Auch wahrscheinlich noch außerhalb, oder? Komm, bleib stehen. Sauber. Ming. Ming-G. Hier kommt noch was. Wow. Irgendwer hat noch auf mich geschossen. Das ist ein Turm. Okay. Komm. Show yourself. Hm. Oh, das war eine schöne Explosion. Gefällt mir. Warum schießt man, wenn man nicht mal in der roten Zone ist? Oder in der normalen? Ja, wegen Asia. Ich kann halt nicht gerade nicht auf EU spielen, weil die Server einfach nicht wollen. Die Test-Server. Ich glaube, der Turm wäre sogar noch mit dabei. Könnte man eigentlich mal reingehen. Das ist total blöd, wenn der jetzt gleich ran pushen muss hier an mein Haus. Mehr Muni! Ja, ich brauche mehr. Hier, das kann ich ja auch noch nehmen. Ein bisschen mehr Schuss auch. Ein bisschen mehr Schuss auch. Ich hier sicher? Ja, so ein bisschen. Sollte eigentlich hinhauen. Ach so, der kann sogar noch drin sein. Also, irgendwer ist hier oben. Neff. Es gibt jetzt auch einen Sound, wenn man Leute überfährt. Den soll es geben. Den muss ich unbedingt testen. So ein Kollisions-Sound. So ein Plong wäre ganz witzig. Wenn du den einfach überfährst und dann... Einzehn, grüß dich. Du wirst dich, dass Bomben hier auf Straßen fallen. Wusstest du schon mal, dass es nicht stimmt? Also, da oben ist definitiv einer. Ich sollte vielleicht mal eher so die Richtung sichern, ne? Wer weiß, ob da noch einer in dem Haus ist. Vier Leute leben noch. Hoffentlich ist keiner diesmal unter der Map. Das wäre ganz schön. Ja, komm, wir gehen mal ein bisschen aggressiver hier ran. Ich habe halt zwei Waffen, mit denen ich extrem langsam laufe, ne? Das ist so gerade der Nachteil hier dran. Warte mal, wo ist die Zone? Wieso sehe ich die Zone nicht mehr? Oh. Ups. 8 Sekunden noch. Ja, das war jetzt irgendwie blöd. Ach, da unten läuft noch einer. Laufen sogar zwei. Kümmer du dich doch lieber erstmal um die Zone und um dich selber, dass du reinkommst. Immer diese verrückten Asiaten. Okay, wir wissen, wo alle sind. So, dann haben wir hier unten den. Ich denke mal, der wird da irgendwo dran sein. Okay. Died from falling. Keine Ahnung wie. Und dann der Typ hier vorne noch. Irgendwo hinter den Hügel, denke ich mal. Ah ja, guck mal, da ist er doch. Ich warte jetzt mal, bis er sich mehr zeigt. So, dann haben wir den Kobi ausprobieren. Mit der neuen Mechanik hier. Einfach mal in irgendwelche Richtungen hier. Leckt sowieso alles gerade. Er muss auf jeden Fall rankommen. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Baum noch mit drin. Dann hat er Glück. Ansonsten ist es blöd für ihn. Let's go. Wenn er clever ist, dann macht er jetzt nochmal einen Flank zurück. Aber der weiß bestimmt nicht, wo ich bin. Warten wir einfach, bis er sich zeigt. Ich denke mal, der wird irgendwo kriechen oder so. Kann er da hin? Oh, oh, wow, wow, wow. Wow. Knappes Ding, ey. So. Tada. Das war eine schöne Runde. Hat mir gefallen. Das war so. Ich war's. Das war's. Botherin' me